Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Daisy Standalone! Nicht schießen! Ich hab doch nix! Ja, es geht schon wieder gleich los hier. Wo sind die? Ähm, vor mir. Ah, da ist er. Nicht, ich hab nix! Lass mich, lass mich am Leben! Ich hab nix! Ich hab nix! Ich bin tot! Ich hab mich ja draußen! Ach, jetzt kattet er! Oh nein! Oh nein, bitte! Rape mich! Rape mich, bitte! Ich hab nix! Komm schon! Mach es! Geh raus! Ich glaub das sind Russen. Ich hab keine Ahnung. Mh, rape mich! Ja! Fast! Geh raus! Geh raus! Geh raus! Ich versteh die kaum! Ich versteh die kaum! I am breaking out, aha! Oh, jetzt macht er mit Saline! Jetzt versorgt er mich! Geh, scheiße! Geh, scheiße! Geh, scheiße! Ich bin gespannt, wenn sie dich jetzt noch laufen lassen, wär er ja King, ne? Ja! Ja! Where are you from, guys? Shhhh! I'm breaking out! I'm breaking out! Shhhh! Shit on me! Jetzt füttern sie mich, alter Guy! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Pee auf mich! Gapastort! Mh, mehr, bitte! Sie ist erst, mein Freund! Was? Halt mich, mein Freund! Ich kann den nicht verstehen! Ah, jetzt holt er mit ein Schraubenzieher! Ja. Oh. Please. Oh. Sticht er mich, trifft er nicht mit dem Schraubenzieher. Deep. Deep inside me. Yeah. Oh. Oh, it's my ass. My ass. Oh no, I'm conscious. Oh nee, sind so geil. Ich bin tot. Ich komm wieder. Ja, das war's. Freundliche Spieler. Bist du noch da? Ich bin noch da, ja. Ich jag grad ein. Ach so, okay. Jetzt die Frage, willst du jetzt einen kleinen Cut machen? Oder willst du komplett neu? Weiß noch nicht. Ich spawne erstmal in 8 Sekunden und dann ich weiß jetzt gar nicht, wie lange das jetzt ich hab jetzt gar nicht meinen Timer laufen lassen die ganze Zeit. Fünf Minuten würde ich sagen. Ja, würde ich auch sagen. Fünf Minuten. Okay, war auf jeden Fall sehr funny. Ich bin in Elektro. Nee. Benz, warte mal, jetzt muss ich erstmal gucken. Hier ist das Fidschi. Hier steht kein Hotel, das ist eine größere Stadt am Wasser. Müsste Elektro sein, ne? Ja, dann lauf mal rein, mal gucken. Ich hab hier grad einen gejagt, der ist irgendwo hin. Ich weiß auch nicht wo. Aber es war lustig. Es war auf jeden Fall lustig. Aber ich glaub, das waren Russen. Ich konnte ihn teilweise kaum verstehen. Ja, ich weiß nicht, Bambis zu erschießen. Vor allem, die sind ja full equipped laufen, die da am Dings rum. Finde ich lame. Boah. Ich habe gehofft, sie ziehen mir die Hose aus, aber ich wollte sie mir selber ausziehen, aber das konnte ich nicht mehr, weil ich Handschellen dran hatte. Ja, das ist... Ja, wo war es von dir, Martin? Ja, ich... Hier ist das Tech-Gebäude. Ich wollte nicht, dass sie mir die Hose versauen. Ist das Elektro? Oh, ich weiß gar nicht. Wenn da hinten die Feuerwehr ist, warte mal. Das müsste... Wo bist du denn? Ich guck gerade, ob das wirklich Elektro ist. Ich bezweifel das. Weil da müssten ja hier zwei Feuerwehr-Stations sein, ne? Ja. Und hier ist keine. Das heißt, es ist nicht Elektro. Das häng ich am Schild fest. Ja, dann ist die Frage, was willst du jetzt machen? Oder doch, warte mal. Warte mal, hier geht es ja noch weiter. Da hinten ist... Ja, ich bin Elektro, definitiv. Da habe ich es ja schon. Die Feuerwehr-Station habe ich gefunden. Nicht die am Rand steht, sondern die in der Mitte von der Stadt ungefähr. Die westliche. Das andere ist die nördliche. Genau. Wir lassen uns da fix treffen. Wenn wir das überleben, dann laufen wir hoch, würde ich sagen. Eigentlich echt schade, ne? Wir hatten gut Futter, also... Naja, vor allen Dingen waren wir bald schon da. Ich wollte unbedingt nochmal hin zu diesem... Jetzt sind wir wieder am Arsch der Welt. Alter, da gut, wir rennen können einmal quer durchrennen, ne? Ja, ich habe... Hier ist auf jeden Fall einer bei mir. Bist du an der Feuerwehr-Station? Ja, da in der Nähe ist er. Ach, da, hier. Hallo. Das bin ich, ich. Ach, der hat so eine Down-Jacke an, ne? Keine Ahnung. Ich habe Hühnersuppe dabei. Hallo. Ich glaube, der tötet mich gleich. Wo bist du? Ich bin eben gerade nachgelaufen. In die Feuerwehr. Ach, sechchen. Ach ja, hallo. Komm. Ich muss ja direkt mal zeigen, wo der Fisch die Locken hat, ne? Wo der Fisch die Locken hat, das ist auch geil. Vor allem, das sind zwei, ne? Einer ist oben in der Feuerwehr, der ist von mir weggelaufen schon und der andere ist da. Der hat aber eine Spitzhacke, die eitert schlecht raus, glaube ich. Kommt ja, der rett uns nach, ne? Ich hau den jetzt weg. Echt? Rett er uns nach? Echt, tut er doch nicht. Doch, da ist er. Aber der ist in das eine Haus rein. Dann steht er da am Haus und... So wie Michael... Wie Michael Myers, das denke ich, wir sehen ihn nicht. Ich sehe dich, du stehst da beschissen. Oh Mann, Alter. Leute gibt's. Stand er so hinter der Tür und hat halt, äh, halb da vorher geguckt. Oh Gott. Ja, oh Gott. Halb da vorher geguckt, das war gut. Ja, Mann. Moin. Auf ihn zu boxen, Mensch. Oh, okay. Ich bin ein Boxer. Ich bin ein Boxer. Ich muss trainieren. Ich muss trainieren. Ja. Was labert der? Keine Ahnung, der verfolgt uns auf jeden Fall. Jetzt hat er die Axt rausgeheult, das will er uns holen. Er soll dann doch nachlaufen mit der Axt. Mach mal die Tür hinter dir zu, wenn du es schaffst. Mach dir hier zu. Komm raus aus der anderen. Komm, wir gehen einfach weiter. Ist der drin, ne? Und weiter geht's. Und da röpfenst du mir noch hinterher. Oh Mann. Hab mal, Maskottchen. Ist doch auch geil. Der muss richtig, der ist richtig angepisst, Alter. Dann soll der angepisst sein, soll der uns halt nachlaufen. Das juckt mich so. Naja, kommt nicht mehr. Wie so ein Pickel. So, weißt du, ist ein bisschen nervig, aber ist halt da. Da kommt er. Das war wahrscheinlich auch mal ein freundlicher Spieler. Oh Mann, du hast du ADHS oder was? Mach dich weg, Junge. Kann ich ihn umhauen? Ja, wir wollen uns versuchen halt. Und weiter. Jetzt geht er wieder weg. Jetzt rennt er wieder nach. Oh, ist der Hobby los, ey. Was sagt der? Ich verstehe ihn kaum. Just chase me. Oh Mann, Alter. Lass dir das einfach nachlaufen. Das ist jetzt unser neues Maskottchen. Wir müssen dem Namen geben. Wir verhungern dabei. Ich wollte jetzt in Ruhe was trinken. Der klingt so ein bisschen behindert. Lass uns den mal... Wir nennen den Kevin, okay? Kevin, Kevin, Kevin. Komm, Kevin. Komm uns nach. Come on, follow us, Kevin. Come on. Ja, das sind Leute, die Langeweile haben. Glaube ich. Oh ja, ey. Und er labbelt die ganze Zeit. Das ist geil, ne? Ich würde hier gern was trinken, irgendwie. Ach, wir laufen noch. Jetzt geht noch. Leute, wir hauen den halt echt um. Sollen wir es probieren? Ich meine, er hat jetzt die Axt drin. Jetzt holt er sie raus. Scheiße, ein Punch, ein Punch. Komm. Hast du dafür die First Person drin? Ja. Ich hab auf deine Axt gehauen, scheiße. Ja, danke. Well, what happened there? That sounded like a hit. Er hat einen Helm oder... Nee, hat er eine Mütze auf? Und eine Mütze. Hat dich gehauen? Scheiße. Komm schon. Dürfen wir sie gegenseitig erwischen? Das ist auch total problematisch hier. Wir sind schon wieder gehoffen. Ich krieg den gar nicht. Jetzt hab ich dich erwischt. Nein, er hat mich auch erwischt. Ich hab den schon 7, 8 Hits gegeben, alter. Ich bin gleich kaputt. Ich bin gleich kaputt. Ich bin gleich kaputt. Ich geh wieder auf seine scheiß Axt gehauen. Muss ich erst mal schnell verbinden. Wieder eine gegeben? Er kommt, er will mich jetzt ausmachen. Jetzt ist er hinter mir, ne? Er kommt, er kommt, er kommt. Ich will nicht umfallen. Mir wieder eine gegeben. Da kommen, da kommen, da kommen. Jetzt haut er ab. Ich krieg den nicht, das gibt's gar nicht. Ich bin eh gleich, ich bin gleich tot. Willst du sprechen? So? Das ist kind of boring, you guys not. Er sagt, es wird langweilig, weißt? Oh, er hat mich. Oh, shit. Oh, wie cool muss er sich fühlen? Der hat eine Axt gegen zwei Leute, die komplett unbewaffnet sind, alter. Weißt du? Oh, Gott, ey. Oh, Gott, ey. Oh, Gott. Oh, shit, ey. Na komm, na komm, na komm. Ich hab den, keine Ahnung, zwölfmal geschlagen oder so. Und immer wenn's Kopfhör war, hab ich auf die Axt gehauen. Richtig bitter, Alter. Ich krieg ihn gar nicht. Du musst immer so ein bisschen Pfarrhauen, so. Da, wo er hinhaufen wird, so. Da triffst du ihn eigentlich immer. Jaja. Aber ich bin eh gleich tot. Ach, wir hatten eh nichts, also von daher. Wäre lustig gewesen, hätten wir ihn ausgenutzt, also. Na komm. Komm, jetzt auf meinen letzten. Scheiße, ich hab die Axt getroffen. Er sammelt die ganze Zeit noch. Ich glaub, sein Gear ist kaputt. Ah, ich hab ihn. Scheiße. Ich bin umgekippt. Ich bin tot. Er fühlt sich halt mega cool, so weiss, mit einer Axt gegen zwei Leute, die gar nichts haben. Hätte ich eine Axt gehabt, wäre der so lange schon tot gewesen, Alter. Aber ich glaub, sein Gear hat gut was abgekriegt. Er sammelt die ganze Zeit immer noch. Oh Gott, ey. Wie lange haben wir noch? Wie? Ach, noch zehn Minuten. Ja, noch gut. Oder fünf Minuten, ich weiß ja nicht, wie lange. Also ich werde hier auch hier bleiben, weil ich hab hier direkt einen See gehabt, konnte mich hochtrinken und hab Serials gefunden. Okay. Ich weiß aber nicht genau, wo ich gerade bin. Aber du hast den Krieg ja angefangen mit ihm, ne? Das muss man ja auch mal sagen, zu seiner Verteidigung. Ach, zu seiner Verteidigung. Der hätte auch einfach umbringen können und dann gehen, Alter. Er rennt uns halt eine halbe Stunde nach. Wo bin ich denn hier? Ach, ich bin... Ich bin in meinem Rezido. Ich glaub auch. Nee, oder? Sind wir jetzt echt dreimal neben einander im Rezido? Oder? Warte mal, warte mal, warte mal. Ach, nee, nee, Quatsch. Bin ich nicht. Ich müsste... Äh, ich bin in Cerno. Gut, dann bringe ich mich um, oder was? Äh, ja, würde ich sagen. Aber wir machen am besten einen kleinen Kart rein, oder? Ja, warte mal, vielleicht find ich ja hier direkt einen zum Spielen. Die paar Minütschen, die kann ich mich auch noch umbringen hier. Ja, vielleicht findest du ja was Interessantes. Ich hör doch schon einen. Hallo? Ja, was hast du denn gefunden? Das ist schön, das nutzt mir noch nix. Kill me! Hm. Möchte keine. Oh, ich hab auch kein... Ja, gerade wenn du sagst, kill me. Also, wenn einer zu mir sagt, kill me, dann lass ich die auch immer leben. Don't kill me! Ja, ja, ist schon besser. Ich hab extra meine Hose ausgezogen. Vielleicht sind sie deswegen gerade weg, oder? Sie sind gestorben. Ich muss sagen, die Buchs sieht sehr sauber aus. Ich bin beeindruckt. Das ist verdammt sauber. So mal, die Buchse ist sauberer als die von dem Female Model. Ach nee, das war bei... Das war bei H&Z, das war so. Stimmt. Stimmt. Hier haben die ja so eine... So eine Stähnchenhose an, ne? Ja, ja, ja. Stimmt, stimmt. Was haben die bei Hitze eigentlich nochmal an? Ich weiß ja gar nicht mehr. Komplett weiß. Einfach. So weiß-bräunlich. Ja, genau mit so einem Kackstreifen. So, ich geh jetzt einfach nochmal hier ins Wasser. Und ertrinke einfach. Das geht ja schnell. Theoretik. Ja, echt schade, dass wir da gerade, wo wir dann auf dem Weg waren, ne? Die Spider getroffen haben. Naja, vor allen Dingen sind wir jetzt ja ganz weit weg, dann... Ja. Aber dass wir jetzt nicht da sind, heißt ja nicht, dass ich... Was war das denn jetzt für ein Bug hier? Wieso schwimmt der jetzt hier neuerdings? Der soll da reinkrabbeln, der Idiot. Vielleicht geht's nicht mehr. Doch, jetzt bleib ich drin liegen. I feel dampf. Wie war das? Das ist dein geringstes Problem gerade. Ja, war geil, ey. Ich mach dann jetzt mal ein Schläfchen hier unter Wasser. Gar kein Problem. Bitte zu Hause nachmachen. Ich seh seine Klöten von hinten. Verdammt. Das ist wie ein Unfall. Ich kann nicht weggucken. Also bei Outlaws wäre jetzt, ist das so wunderschön. Ja. I'm running out of air. Please. Bedenk mal, irgendwann stellt sich raus, dass wir hier gar keine Spieler spielen, sondern reale Menschen. Und das alles nur. Wie bei dem Film hier. Gamer, ne? Jawohl. Der war sehr geil, der Film, Alter. So, nun komm. I'm going to draw. So, ich bin, glaube ich, gleich defekt. Hier ist ein schönes Salin-Deck, aber ich kann's nicht nehmen. Ich bin defekt. So, ich werd nochmal schnell den Neustart wagen und dann ist auch gleich schon ein Folgenpäuschen. Und dann werd ich mal sehen, ob ich jetzt in Bärensino spawnst. Bärensino spawnst? Ja. Im Bärensino. Aber irgendwie haben sie das Aiming mit den Fäusten, ist nicht mehr so schön irgendwie, Ja, er war am Laufen, ne? Hat dann immer schwer zu hinten. Aber wie gesagt, er hat halt echt Glück gehabt, weil jedes Mal, wo ich den Kopf getroffen hätte, hab ich ihn halt, also seine Axt getroffen, ne? Ja, ich hab ihn. Und er hat ja von mir, also er war echt schlecht, also er hat von mir, keine Ahnung, zwölf Schellen oder so bekommen. Das hat bloß nichts genutzt. Ja, ich hab halt nicht den Kopf getroffen. Passiert. So, ich hab jetzt hier auch gerade einen See gefunden und ne kleine Brücke. Und ich bin... Ist der See direkt unter der kleinen Brücke? Ja. Bist du, glaub ich, genau da gespondt, wo ich grad war? Ja, das sieht... Ist er auch hier bei Bärensino? Ich glaub, ich glaub schon. Warte mal. Du wirst, dass die Feuerwehr sehen. Bisschen läufst. Ich überleg' gerade... Hier sind mehrere Seen. Ne, ich glaub, das ist... Bärensino, die Baustelle zum Beispiel, seh ich nicht. Kannst du von da auch nicht sehen? Ich seh hier einen großen... Einen großen Schornstein seh ich hier. Ja, ja, das muss eigentlich Bärensino sein. Ach, da hinten ist die Feuerwehr. Na ja, bist hier. Alles klar. Bin hinter der Feuerwehr quasi. Cool, dann haben wir uns ja hier gefunden. Hat dein Suizid etwas gebracht? Also ist Suizid doch eine Lösung, ne? Aber dann können wir uns ja noch schnell treffen, hier. Soll ich dich mal treffen? Hmm. Hmm. Vor allem, wie cool er noch sagt, so ne? So, ihr meldet es dir an. Wir haben nur Fäuste, Digga. Chill deine Basis. Ach, vor allem interessiert das auch kein Schwein, weißt? Na eben. Der denkt jetzt, der hat uns voll traurig gemacht. Da auf der Straße bist du gelaufen, ja, da, ne? Hier rechts. Ja, da, ich seh dich da hinten, ne? Ja. Bist du gleich vor mir? Mach QE! Mach QE! Okay. Ey, da haben wir... Also es ist gut, ne? Man spawnt jetzt schneller beieinander, glaube ich, irgendwie. So, gut. Haben wir uns gefunden. Und dann machen wir an der Stelle ein Folgenpoest. Voll. Das war ja Martin und Erzino. Ich werde ihn jetzt töten. Komm in meine Arme, mein Sohn.